Aha Los fährt die 40 Ich hätte gerade ne Frage gestellt Max hat dir gerade ne Frage gestellt Ne, ich hab Otto ne Frage gestellt Was mein ich? No Ja, was ist? Hat's doch gerade auch noch wiederholen Äh Und gab's in der Hessigen Peine auch einen Weihnachtsmarkt? Oh! In der Waffe Ja Oho Das ist ne Asi-Weihnachts Um mir noch zum Haul zu hauen Otto, komm schnell nach Rügen Nö Ich hab keinen Bock mehr hier auf dieses Dreck gegeben Dann halt ich den hier fest so'n Rufleon an Haha Du glaubst, was hast du hier jetzt schon wieder gemacht Oder vielleicht, bei der Pech hat, schmeiß ich ihn in die Ostsee Und zwar so klein jetzt in der Botten Haha Tschöö Lukas Was? Hat er hier die Kopftung gemacht? Äh... Ach, der spürt sich von der Rübenbrücke runter Mama, ist die Mann Im ersten Moment wird's dann so richtig kalt und bei einem Moment ist er tot Haha Hallo Otto, Streamer Wer hat schon alles die Liedsert geführt? Er hat schon alles die Liedsert geführt Also... Drei... Ja, Ding Ja, Ding Alles klar Ja, jetzt kann man was machen würde schloss muss langsamer die pechermode die patsch und tor denn der gemacht hat das schloss hat ich weiß nicht wie er das gemacht hat auto ich bin am umkoppeln was ist ein lieblingssong was ist dein lieblingssong grana feier macht rötz ihn drauf die folgen wir einfach auf insta Max, die folgen auch der VVR. Dankeschön. Hast du das auch so kleine Transport in ein Fußballspiel oder was? Fußball, Boxen. So Lukas, du würdest jetzt abfahren oder was? Ne, ich würde jetzt wieder runterkommen. Okay. So, du hast freie Fahrt. Nach drei an den Bohne. Höner. Schloss, wie läuft es bei dir? Ah, ich hab's jetzt. Ich bin jetzt nicht mehr so, wie hinläuft's. Erfältenschloss, 40? Ja. Ich fahr 41. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Ich fahr die Schwester, Luk. Ich fahr Sommerkombi. Ich auch. Viele? Jo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ey, ich glaub, das ist aber keine Sommerkombi. Ach, gab's mal. Zeitsam 14 oder so. Ja. Das hier hast du jetzt acht Wagen gefahrenes. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das ist aber Nummer 7. Egal. Das Auto zeigt selber. Otto, Otto hat hier Rechte. Eine Kurzstrecke. Stimmt. Mein, den kann ich gleich machen, oder? Von dem ist aber ja. Noch kleiner jins wohl nicht, was? Einmal das Ticket, bitte. Oha. Dieser ist jetzt dieser Dreckszucht schon wieder so langsam. Udo, tsch. Haha. Hey, Zylinder, alles ist doch da. Ja, aber du hast... Was für ein Windows? Zylinder, alles ist doch da. Zeig mal. Mama Zylinder. Oha. 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 Zylinder. Ja, sieht man nicht. Ja, das ging bei dem Alten Brack auch schon aus. Alten Brack. Rübezai. Alten Gau heißt das eigentlich gewesen. Aber wir nennen es ja hier wie im Harz. Alten Brack. Floss weiß noch früher, wie gehen er mal früher aussagt. Keine Halle mehr gewesen. Na. Sie sah viel geschilliger aus. Na. Dann komm ich bei... Dann komm ich bei... Dann komm ich bei 99 Rode. Nee. Ost. Boah. Ja, der Pferd, der ist ja unglaublich. So, ich komme mal, ja. Da gab es einen Führerschein. Da gab es irgendwie auf YouTube so ein Video Raser Roland. Wo Achtung. Wo Achtung. Wo Udo, glaube ich. An einen Zufall. Soll mal komm, wie hart der gesprungen sind. Udo, aus. Ist nichts für meine Einzige. Udo ist der einzige, der brüllt. Udo ist nichts für meine Einzige. Udo ist nichts für meine Einzige. Ja, oder? Ja. 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 Teller von Larissa, die Pickups kaufen wollte. Genau. Steppi. Steppi. Komm her, richtig doll, ey. Aber Udo, Udo, Udo gibt's bald nicht mehr. Wat? Warum? Weil der in Rente geht. Echt? Nee, ist der. Winter. Schon so weit? Ja. So, ich dachte, der ist ja was mit 50 oder so. Nee. Heimbuchenstraße. So, Lukas, du musst sagen, wenn du... Ich brauche nicht weiterarbeiten. Ich brauche nicht weiterarbeiten. Ja, trotzdem weiterarbeiten. Da kannst du von ausgenutzt. Lukas, sagst du mir, wenn ich Bügel schränke? Ja, warte doch mal ab. Du weißt doch. Man braucht doch immer ein paar Minuten. Darunter. Guck mal, Schloss von Lippen. Ja, ich glaub, Schloss ist schneller. Einmal nicht der Fälle, der Fähler auch bestimmt 100. Ich fahre, ich fahre, meine Kriste. Die ÜG wieder hoch, interessant. Dignein durchfahren. Juck, kein. Oder Feuerhupen. Nur ruhig. Die sind eh an der Norde rumfummelt. Wir haben... Ich weiß nicht, was ist eigentlich mehr für Bus oder für Bonn? Ich würde sagen, bei dir, er für Bus. Ja, Schloss. Halifax, Straße. Nee, nee. Bei dir auch. Zum Mid-Heating. Ja, 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 ja. Von den Ansagen. Schloss, zieh dir bitte eine Hose an, bei mir zu machen. Ja, fehl... Oder fährt ein ganzer Bus? Oder fährt Stadtverkehr? Mach ich auch. Mach ich auch. Ach, hier, Schloss. Wie das auch mit den Fahrplanen funktioniert. Das ist halt in der DB Navigator, das ist auf der Webseite. Das ist überall auch in den Fahrgast-Informationsmonitoren angezeigt. Oha, das wird... Oha, das wird ein... Das wird ein... Marathon wie... Oha. Schloss? Hm? Komm mal her. Mit dein Charakter. Ich seh... Ich seh Schloss, dein Zug nicht mehr. Mach doch da unten. In der 90 Grad Kurve. So wiegt sich was? Komm mal mit dein Charakter her. Komm mal mit deinem Charakter her. Gerade in der Komm mal auf meiner Lok. Ach so. Okay, dann... Ah, ich seh da auch was. Ah, ich auch. Ich seh da auch was. Ich seh da auch was. Lecken. 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 Dein Zug leckt bei mir übelst. Mir fährst du bloß 2 km am Auto. Obwohl es 60 sind. Ja, Schloss wird es schaffen. Ja, wenn Lukas weiter so schlecht. Ja. Ich kann auch gerne mit 100 fahren. Das bringt aber nix. Weil ich trotzdem so langsam bleibe. Ja, Schloss ist schneller. Der kommt dann auf die 1. Auf der Hörn. Na, Otto, da hast du gleich zu tun. Fuck. Na, jetzt muss der BÜ runter. Schloss auf die 1. Schloss auf die 1. Rangiert auf 3. Na, Otto, BÜ runter. Schirmbrücke. Ja, jetzt schon. Auf wenn das übelst langsam hier gerade ist. Du gehst dafür jetzt langsam. Obwohl, naja, gut. Geht. Kann rein? Ja, kannst rein. Dann muss der BÜ noch mal hochgemacht werden. Nee, runter damit. Echt, die lassen Sie sich oben. Schloss, du rangierst dann auf 3, ne? Ja, kannst rein. Dann muss der BÜ nochmal hochgemacht werden. Nee, runter damit. Nee, runter damit. Echt, die lassen Sie sich oben. Schloss, du rangierst dann auf 3, ne? Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht. Das ist schon gut. Boah, Luca, ich hab schon richtig geil auf diese Scheiße, diese Autobahnschilder. Das ist schon gut. Und ich halt, ich, ich, ich tank aber an dem Wasserkram, wo du auch zu tankst. Also auch von 1. Okay, zucht, also eh. Oh, du hattest grad Stress. Nee, es geht. Wenn weniger ohne da wäre, dann ist es noch verrückter. Schloss, nur toll sei ich per Planzug, Lukas Planzug. Wer schloss? Ja, du raffst das hier grad alles runter. Es leckt grad ganz schön wieder. Ey, Lukas. Ja? Wenn wir eigene Karren haben, lass mal eine Challenge mal. Mal gucken, wie lange man von Barzickelberg bis nach Kurzluckermark fährt. Wenn wir die gesamte Autobahn, Digger. Auto, wenn wir was haben? Wenn wir ein eigenes Auto haben. Erstmal schauen, wie lange man von Barzickelberg bis nach Kurzluckermark fährt. Mensch. Das ist so eine voll gute Idee, Digger auf Autobahn, Digger. Ach, das ist auch zweispurig. Reicht doch für dich aus. Auto fragt nicht. Laut Fairminiung sind das 50. Und ich hab die Lok schon aufgepuscht. Warte mal, ich push ihn mal noch mehr. Da reicht. Neu, neu, neu. Wer noch ganz gemütet hat. Anwesend. Anwesend. Das Auto perfekt abgekoppelt. das machst du den büder wieder hoch erst mal los abgekoppelten die straße ist er noch unten ich habe den wieder hoch gemacht danach als du gekommen bist er ist ja jetzt und wendling oder kreuz wismar wird nachher auch lustig auch wieder selbst abgebaut hoher in der weg und der bü kann jetzt hoch das heißt maxi wird immer von autobahnkreuz autobahnkreuz bauen oder was die immer von abfahrt zu abfahrt weil er doch immer noch diese nebenstraßen kommen also schloss könnte wurde könnte gerade wirklich froh sein dass die scheißweiche wo fährst du er wo fährst du jetzt ja nicht nur schirke da war ich gerade nach deutschland deutscher werk auto ich warte bis du unten bist ja ja wo fahren wir hin ach komm wir fahren nach hausefelde klaus ich verpüße mich nach hausefelde wo denn es ist schon frei mit einer rote näher m das vergesst die weichen nicht so stände auch mal ist ja kurz am pot ja okay warte mal wie schnell darf man bahnhof dinge hier ein 50 mit 50 raus mit 50 raus 23 23 24 24 25 Wir haben gleich wieder Schöcke erreicht. Hello, Gott.